komm jetzt gleich die einwanderer sehr schön kräuter sammelstationen da ist hier ist auch der ich bräuchte so ein hier kann sein die idee wenn die für die häuser zuständig sind ein bauhaus kann bauhaus weiter zu weisen die es ermöglicht den bau von gebäuden und straßen beim stadtbau so dass das dass das kriege ich mich jetzt neue einwanderer guck mal so schnell geht das 33 gleich wunderbar ja die heizung rein dafür der stahl den brauchen gleich noch nicht aber ist ja nicht schlimm ja hier brauchen neue häuser ich weiß ich weiß dass das das funktionierende den könnte man den oma abreißen und weiter wegsetzen da ist noch ein bisschen fleisch das wird gebaut bürger haben dorst die werden nachher auch gebaut dass das der hat eigentlich auch noch genug ne der wird auch gebaut das heißt wir könnten dann hingehen und hier zum beispiel auch noch so komische hütte hinbauen aber da auch noch eine hin da könnte man auch noch eine hinbauen da kann man nicht noch keine einwanderer na mensch ich lieb es mit reserven knapp ja ich weiß wasser auch im metzger was haben wir den bürfel bürfel fleisch müsstest du eigentlich gehen nach wo sie ist doch bürfel fleisch muss jede menge haben der macht bürfel fleisch nur hier der ist ja gleich auch fertig hier haben wir das sägewerk sehr schön da kommen jetzt gleich die einwanderer haben schon ein nieder immer noch keine ja ich warte doch nur auf die mitarbeiter das 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 zwei bürger frieren ja wir kriegen winter sehr schön erntet 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 wird alles geerntet sehr schön sehr schön neue einwanderer sind gekommen genau darauf habe ich doch gewartet annehmen also mit der pest mit der pest mit der pest haben die sich angesteckt ist das war abgerissen werden hier bauten häuser und dann hier war ich so schön langweilig war könnt ihr mal hingehen bis da oben abreißen abreißen der flug hat könnte auch abreißen da kommen nämlich da schon mal neuen friedhof hinsetzen so hast gesagt bis da ne da müsst ihr erstmal reichen so müsst ihr erstmal reichen das ist auch fertig heizwerk rein so der läuft kann ich bauen wollen mittlerweile anbauen ne kann ich nicht dann musst du hingehen so die pest ich habe die pest in den wo klinik sie schlägt sie schlägt jetzt sag mal du solchen kind hier raus hier der ist fertig jetzt gleich sehr schön 0 bildung handel lebt 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 qualität 1 maximal max guck mal bau geschwindigkeit ach hier haben wir schon mal stehen sehr schön bildung 25 prozent medizinische forschung ich glaube da gehen wir als nächstes drauf da gehen wir brennstofffabrik ich brauche die brennstoffe hallo alles gut alles gut habe ich keine brennstofffabrik brennstofffabrik da ist sie doch hier macht mal die brauchen wir die brauchen wir seife haben wir die werden auch alle gebaut sehr schön sehr schön das ist doch schön der wird auch gebaut holzfäller nachher erzkleidung dass das das wunderbar feder bienenwachs bienenwachs federn dann könnte ich euch hier da kann ich nichts machen da auch nicht es mangelt an rohstoffen das nächste holzfäller den könnte ich auch abreißen hat haben wir die schmelzfabrik ne der fehlt noch habe ich einen noch ein bürger der krank ist die die werden alle noch gebaut es fehlt ja stahl ne wenn wir den haben ich glaube dann geht es hier auch besser voran da haben wir einen da haben wir ein da haben wir ein da haben wir ein da haben wir ein dann müssen wir dann hier noch einen hinbauen aber ich wollte ja auch rucksack gehen ne hier auf logistik wollte ich hingehen damit die dat entweder hier oder tierkraft lieferung markplätze und kleine markplätze liefert manche lebensmittel wasser und brennstoffe ein bürger in ihrer nähe transferstation die wir auch gehen ja dass das alles ist so viel hier wie viel wasser denn wasser lebensmittel der muss auch mal gebaut werden hier ich könnte davon aber noch ein paar bauen ich habe da ein ich habe diesen neuen bauarbeiter sehe ich halt richtig neuen bauarbeiter der post da nicht hin ach die kleine ecke da oben wenn wir den hier hinsetzen da geht auch nicht wo können wir den hinsetzen ich will hier ungern hier irgendwo mitten in die häuserreihe bauen macht die mal fertig hier dann können wir hier auf plus drücken damit sie die man hier fertig kriegen und dann holzfäller da sammelstation 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 guck mal zinno das habe ich noch jede menge bauarbeiter die hier rumlaufen die wir machen können das ist doch schön das habe ich hier die häuser fertig gemacht da wird gebaut siehst du dann könnten wir jetzt hingehen den könnten wir auch abreißen den und dann hier einmal bitte komplett aufsammeln einmal komplett aufsammeln können mich hier noch fällt und alles reinsetzen da habe ich da den metzger und alles das baustiere mich rinder noch rein fischer gärtnerei obst garten 8 mal 8 dann muss daneben nochmal 8 mal 8 so so das sieht doch gut aus das sieht doch gut aus krass krass brennstoffe werden knapp mal wieder holz nehmen holz oder nehmen kohle so das haben wir das haben wir das haben wir so und die machen erstmal aus den wollte ich nicht bauen scheiße ich wollte ein wasserwerk haben und nicht so ein dinge da so die malung die haben alle das ist wenn ich hier geht mal sammeln dann müsste die eigentlich genug finden da müsstet ihr genug finden so das haben wir auch reiskuchen guck mal es gibt reiskuchen es gibt reiskuchen reiskuchen ist das nicht schön fett ein wildes menschen fressendes ungeheuer näher kam in die stadt es wurde gesagt dass diese monster menschen und vieh abschlachten wird wie willst du also damit umgehen verscheuche es mit volles körper gib ihm zu essen die explosion der feuerwerkskörper und das rote papier schienen ungeheuer zu erschrecken und auch wieder sehen die hand geh weg von uns geh weg wir brauchen dich nicht so rinder rinder rein da fehlt der stahl ne dann haben wir den gleich auch fertig dann habe ich immer noch sieben leute die optolos sind rinder das ist weg da wollte ich ein wasserwerk hinbauen wasserwerk wasserwerk das sollte dahin gehen genau der so sand haben wir also stein haben wir auch ich habe keine sehr schön wenn ich keine mitarbeiter habe dann müsste du jetzt eigentlich stahl produzieren oder nicht so dann müssten die noch so langsam warm werden rinder leder das muss vom wein mit den selben tieren getrennt werden verstehe ich jetzt nicht aber wir könnten die auch da reinpacken ne die übertragen dahin paronyms hier alpakas rein so der läuft stahl stahl dann müsste ich doch so langsam hier eisenerz kriegen oder nicht leder haben wir auch das heißt unsere kleine unsere kleine unsere kleine wo ist sie wo ist unsere textilfabrik hier oben ich hatte doch hier oben eine ich brauche einen der kleider macht ne da schneiderei leder seide wolle müssten wir da oben noch eine schneiderei hinbauen schneiderei 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 da so bauen wir da noch eine schneiderei rein weil wir haben wir hier leder ohne ende ne so da ist der fredhof sehr schön so 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 bringt die zweimal darüber ist so weit die nummer 5 wir haben guck mal hier bildung medizinische forschung handel logistik transferstation aus glas für habe ich nicht bergbau schmiede kaltbrennhof nach dem brotten auch ne danke er damit das sind ein paar kasten sehr schön das haben wir lassen wir das haben vier ob doch los habe ich noch kann man da nicht hinsetzen da auch nicht weil wegen dings fehlt so kaltbrennhof und kaltbrennhof schmelze brennofen fabrik habe ich das habe ich jetzt hier schmelzwerk brennstoff fabrik brennofen fabrik könnte man sich daneben setzen ich weiß nicht wofür wir die brauchen ach so setzen wir dahin schmiede schmiede das hat zwar ein stein stein ich habe kein stein mehr die haben alle hunger die haben alle hunger sand kann man ausmachen schlachten ab 10 so In der Straße. So, die wollen wir nicht da hin, dann können wir nicht da nochmal sammeln und alles 37 28 Wasser habe ich, was ist das? Schneiderei, Leder, das. Die Tierseuche bräuchtet sich nach und nach aus und tötet Tiere auf der gleichen Weide. Ja, sehr schön, danke. 2, 2. Kräuter habe ich auch. Wenn ich jetzt noch einen hätte, der hier Wasser schöpfen könnte, wäre ich zufrieden. Da fehlt auch noch ein Bauarbeiter. So, der da rein. 70, 68, 84 von Ernten. Raus damit. Raus damit. Zwiebeln. Bürger haben Durst. Also Kräuter habe ich. Da kann man auch einen reinsetzen. Dann haben wir den nämlich auch schon. Was hatte ich jetzt aktiviert? Bau, ne? Baugeschwindigkeit, genau. Bergbau, Handel, Bildung. Gehen wir nachher hier. Essen, ne? Stein, wir haben keinen Stein mehr. Zu wenig Zeitarbeiter. Ich komme ja gleich. Das kann auch geerntet werden. Der kann man auch ernten. Was kann man auch? Was haben wir hier? Könntest du eigentlich aus Leder, ne? Leder. Der ist leer. Fett. Fett brauchen wir die Seife. Federn. Alpaka wohl noch reichstum. Anzahl Erzieher ist eins. Da haben wir drei. Bringt das nochmal runter ein Tier. So. Die müssten ja jetzt keinen Brennstoff brauchen, ne? Der ist gleich auch fertig. Komm mal voran. Der ist schon fertig. Dann würde ich aber zuerst den hier. Scheriff. Ich brauche einen Arzt. Also, einen Arzt brauchst du definitiv. Bürger verhungert. Kleidung. Ja, ich brauche Kleidung. Wärme. Ja, hier ist warm, ne? Hier ist warm. Ja, hier ist warm. Da brauchen wir gleich Dings. So. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. So. Meine Freunde.